Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ich wollte euch meine Shopping zeigen. Ich habe tatsächlich für mich letzte Zeit ein bisschen im Online geshoppt. Ich habe Klamotten, Make-up bei Douglas und ich habe ein paar Pakete zugeschickt bekommen, die ich heute mit euch gemeinsam auszupacken. Übrigens eine davon enthält vermutlich ein Geschenk zum Weihnachten. Deswegen, ich wollte mit euch gemeinsam heute diese Alipakete auszupacken. Es wird wahrscheinlich sehr interessant. Ich überlege, mit was ich sollte am besten starten. Wahrscheinlich erstmal mit dem Lippenstift. Das ist schon langsam traditionell, weil ihr wolltet immer wissen, was ich an meinen Lippen trage. Heute ist wieder Charlotte Tilbury, aber das ist jetzt Pillow Talk im klassischen Farbton. Das ist die hellste. Ich trage in Kombination mit so einer dunklen Lip-Liner erst einmal und gefällt mir diese Kombi so sehr. Lippe-Liner von Marke, also in letzter Zeit benutze ich nonstop. Radiant Nummer 04 Buff, also ganz cremige, hochfertige, aber sehr günstige, das ist der Geli-Preis. Wir werden jetzt starten, erstmal mit Douglas-Paket. Bei Douglas gibt es momentan 20%. Deswegen, ich habe für mich meine Lieblings-Puder nachbestellt. Ich habe bis jetzt die im Reise-Version aus dem Adventskalender gehabt und dadurch meine erste große Liebe zu dieser Puder. Das ist diese, ich weiß nicht, wie man es richtig liest. Vail, 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 also vielleicht Vail, das ist Translucent Satin Powder mit einem Satin Finish, Farbe Translucent, ja. Sehr schicke Verpackung, diese Dose, richtig schick. Und wow, oh mein Gott, schaut ihr. Das sieht so echt so edel aus. Hier, Buchstabe H, gibt es diese Loche. Also so praktisch. Oh, das gefällt mir richtig gut. Hautstreit, also ich liebe es. Ich liebe es. Ich freue mich. Das ist der, der Puder, der Puder. Also sehr teuer leider, aber mit 20% habe ich mir das erlauben. Und ich habe für mich mit 20% auch von Essie Good2Go Top Coat nachbestellt. Ich habe vor kurzem für mich beim Rossmann gekauft, aber jetzt mit 20%. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Preis, deswegen. Mit diesem Top Coat Manikur trocknet ihm 5 Minuten ungefähr. Also richtig schnell, das ist mein absolut Lieblings Top Coat heutzutage. Und dann durfte ich zwei Proben für mich auswählen. Die beiden sind Männer-Düfte. Ich kenne diese Marke nicht, das ist an Baldassarini. Beide sind au-de-toilette. Also das ist Umbrella Our Fridge. Our Fridge, und das ist einfach nur Umbrella. Sehr schicke Verpackung, übrigens. Ich muss diese Düft testen. Es ist was für mich Neues. So riecht man nicht, weil Düft ist absolut neu. Es ist ein bisschen so hebig. Erinnert mich sehr stark nach Boss, ich denke. Boss, ja, das ist diese, für mich eigentlich ist schon fast die Düft. Diejenigen, die mögen Düfte von Marke Boss, die werden diese Düfte sehr mögen. Ich bekomme letzte Zeit fast jeden Monat so ein Paket, voller Paket mit Pflegeprodukten, ab und zu auch Make-up-Produkte von koreanischen Online-Shops Taiwaner. Koreanische Produkte, ihr könntet da meistens am günstigsten kaufen. Link und Rabattcode lasse ich unter meinem Video in der Infobox. So, jetzt kamen aber Geschenkwünsche, was meine Kinder wollen zum Phase 10 zum Beispiel. Ein Kind hat mir schon geschrieben. Situation ist so, Stylvana ist eine riesige, eine Monster-Online-Shop mit koreanischen und japanischen Produkten. Marken, die ich meistens nicht kenne. Vielleicht paar Marken kenne ich, ansonsten nein. Deswegen, beim ersten Mal, wenn ich bekomme diese Paket, ich packe mit euch gemeinsam die Produkte aus. Ich zeige euch, was ich bekommen habe. Wenn zwischendurch, ich wurde doch etwas Bekanntes treffen, dann könnte ich für euch sofort ein Update machen. Ansonsten, die alle Produkte, ich versuche für mich dann Schritt für Schritt testen. Und irgendwann kommt von mir auch Update mit diesen Produkten. Für mich, das ist fantastische Möglichkeiten, kostenlos neue, etwas ganz Neues, ganz Tolles testen. Dabei sehr oft, ich bekomme hier sehr bekannte Marken, die ich habe schon so oft gehört, zum Beispiel so positives gehört, aber selber noch nicht geschafft zu testen. Und deswegen natürlich freue ich mich besonders. Also, erstes Produkt von Marken, Viti Cosmetics, also das ist unbekannte Marken für mich, Essence Sunpack. Hier übrigens Lichtschutzfaktor 50+, White Base & Cooling Essence, Exzellente 3 in 1 Pack. Mehr Informationen ihr findet auf dem Online-Shop. Ich wurde für euch link lassen, oh mein Gott, das sieht sehr schick aus. So schicke Design. Erste Cushion, was ich habe schon bis jetzt gehabt, war leider für mich weiß. Das war eine mineralische Cushion und der hat weiße Film auf dem Gesicht gelassen. Mein Gesicht sah so weiß aus. Also, das ist diese, eine schicke Verpackung mit dem Spiegel. Hier ist eine Sponge und... Wow, das sieht cool aus. Also, die können aber, ja? Die Karihaner, die können... Das ist mit einem Muster. Das ist keine Cushion. Also, jetzt ist eine Balsam. Schmelzt sich unter meinen Fingern, hat einen Highlight-Effekt. Das ist was echt ganz anderes für mich. Aber ich muss das probieren, aber schade. Also, eigentlich ist es ein durchsichtlicher Produkt, aber ich sehe, es sieht auf dem Gesicht wie eine Highlight. Auf dem Haut. Auf dem Gesicht habe ich noch nicht probiert. Es sieht wie eine Highlight aus, ja? Hier, ich sehe bekannte Marken. Bei Wish Trend heißt sie. Vitamin A Amazing Bakuchiol Night Creme. Wow, das ist tatsächlich amazing. Fantastische Kombination. Boah. Ich weiß nicht, wie viel Prozent hier von Retinol selber. Muss man ganz genau anschauen. Deswegen machen wir mit euch getrennt das Video. Also, das ist noch ganz neu eingepackt. Super, schaut ihr. Gefällt mir richtig gut. So, ich werde testen und euch auf jeden Fall berichten. Diese Marke kenne ich schon und ich benutze davon eine Sonnenschutzcreme. Gehört zu meiner Favoriten von Marke Skin 1004. Madagaskar. Hilo Zika Silky Fit Sun Stick SPF 50. Mait Ves Pura Centella. Das ist die gleiche Serie. Also, ich habe bis jetzt Fluid und hier diese Produkte im Stick. Das ist ganz praktisch unterwegs, zum Beispiel, damit man Finger nicht dreckig macht. Auf jeden Fall, diese Marke ist richtig, richtig gut. Ich mag die total. Ganz toll. Also, boah. Was für ein ganz toller Produkt. Ich werde testen und euch berichten. Riecht nicht. Centella spendet Feuchtigkeit und beruhigt Haut. Besonderes sehr gut für die Leute, die haben irritierte, hautempfindliche, mit Drasazie, mit Kulpirose, mit Dermatitis. Also, Hautprobleme. Das ist eine Gel Stick, also Gelé Stick, so wie ich sehe. Ich bin begeistert. Oha, okay. So eine große Dose. Diese Marke kenne ich nicht. Die heißt Salimax. Klingt sehr gut. One Step Mild Clingsing Pudge. Few All Skin Tubes. Hier sind 60 Packs. 230 Milliliter. Sieht wirklich interessant aus. Aber ich bin richtig gespannt. Ich weiß, dass du meistens. Stalvana schickt hier Produkte, die sind bestellig. Die sind tatsächlich beliebt. Die sind schon bekannt. Alles richtig gut zugepackt. Bin gespannt. So sieht es so aus. Aber hier ist Schutz. Warte, tue. Und da drinnen sind Pads. Große Pads. Riecht ein bisschen nach Seife, so etwas ein bisschen chemisches. Sieht sehr interessant aus. Marke Tirtir. Milk Skin Toner. Refreshing Skin. Moisturizing. 150 Milliliter. Sehr tolle Inhaltsstoffe. Niacinamid. Central Asiatica. Familia Extrakt. Panthenol. Allantain. Peptiden. Peptiden sind Anti-Aids. Oh, ich bin. Also manchmal, ich habe hier auch für mich meine Favoriten gefunden. Produkte, die sind super in meine Standardpflegeroutine integriert sich. Oh mein Gott, das ist sehr viel Produkt. Ah, das ist eine Glasflasche. Klasse. Also, wow, und sieht sehr schick aus. Sehr edel, oder? Ich bin gespannt. Das ist mega, oder? Wow, also richtig, ich bin sprachlos. Ganz, ganz, ganz interessant. Also, dieser Produkt schon gefällt mir. Dann, ich kenne diese Marke nicht. Amplen. Oha, das ist ja ganz toll. Ceramidenshot Ampulle. Oh, 100 Milliliter Ceramiden, die bauen Schutzbarriere. Also, Ceramiden macht hier für jede. Wenn er wollte, eine gesunde Haut haben und damit Haut wird nicht sehr schnell. Eltern sich. Das ist ein Milchgelprodukt. 100 Milliliter Glasflasche mit Pepti. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Dann, von Marke. Oh, das ist ganz tolle Marke. Die kennen ich. Marke Benton Fermentation Eye Creme mit Probiotikum Komplex. Und Benton Marke. Oh, die ist richtig gut. 30 Milliliter, sehr viel Produkt. Das ist jetzt eine Augencreme. Schick. Ich habe über Augencreme von Benton auch nur Positives gehört. So, Leute. Jetzt ist das letzte Produkt von Marke. Rundlab. Ich weiß nicht, ob ich richtig lese. Säubern Serum. Better Skin, Better Round. Und hier steht auf Englisch so ein bisschen so, was ich verstehe. Das beste Ingredienz aus der ganzen Welt für unsere gesunde Haut. Das ist eine Kunststoffverpackung. 50 Milliliter. Dickflüssige Textur. Also, gefällt mir nicht, gefällt mir richtig gut. Wow. Ich finde dieses Smilebox ist besonders interessant. Also, sehr, sehr interessante Produkte sind dabei. Ich habe Lust auf alle Testen. Werde ich das machen. Und für euch natürlich Schritt für Schritt zu dieser Produkte Feedback lassen. Besonders die Produkte, die haben mich besonders überzeugt. Die ich würde euch auf jeden Fall zeigen in einem Video. Weiter, ich wollte euch zeigen ganz schnell, was ich habe für mich hier zwischendurch ein bisschen gestern und heute gekauft. Beim Tickemix war ich gestern mit meiner Schwiegerin. Und dann habe ich für mich endlich Sport BH von Marke New Balance gekauft. Die kostet da 16,99 Euro. Also, beim Sport Sachen, ich merke, dass ich muss für mich eine große, große nehmen. Normalerweise, ich trage große M, aber hier, ich habe für mich große L genommen. Ja, so mein Schwiegerin sagt, du wächst. Das stimmt. Das ist Katastroph. Und ich war heute beim Chibo und ich habe diese Socken für mich entdeckt. Das sind diese Haus-Schuh-Socken. Hier sind zwei Paar, die kosten, ich denke, 9 Euro. Wenn ich mich nicht täusche, große 39, 42, ich habe große 41. Man könnte bei 40 Grad waschen. Und diese Socken sind mit Stopper natürlich. Die sind sehr, sehr kurz. Ganz toll. Und in dieser Farbnuanz aus dieser neuen Waren, ich habe für meine Coco Pulli gekauft. Aber diese Pulli, gerade mein Mann hat beim Coco angezogen. Die sind zum Arzt gefahren. Und ich habe für mich ein paar schicke Kleider bestellt. Dieser Online-Shop heißt Haute Couture, gehört zu Tara. Ihr YouTube-Kanal heißt TamTam Beauty. Ich folge Tara schon sehr lange und vor, ich denke, vor vier Jahren ungefähr, die hat seinen Online-Shop gegründet mit Klamotten. Ich habe damals bei ihrer ersten Kollektion für mich diese Leder-Optik-Hose gekauft. Die saß wirklich super. Also die gefallen mir bis heute. Nur leider, ich könnte heutzutage die nicht tragen, weil ich ein bisschen zugenommen habe. Und ganz wichtig, ich habe lange Beine. Ich bin 1,74 Meter und diese Hose passen mir perfekt. Die haben fantastische, perfekte Länge. Mir gefällt überhaupt Tara Geschmack. Deswegen, ich folge die sehr gerne. Ich habe nach ihrer Empfehlung schon sehr viele Sachen für mich eingekauft und war bis jetzt sehr zufrieden. Selber, ich durfte auch von ihr vor ein paar Jahren ein PR-Paket mit ihrer Make-Up-Kollektion, die mit ihr Tradition bekommen. Ich habe natürlich diese Produkte schon euch präsentiert. Video gibt es auch auf meinem Kanal. Dieses Mal, vor kurzem, hat Tara einen Vlog gemacht. Die hat da ihre Wiederkleider präsentiert. Und sie macht jetzt gerade Aktion zum Weihnachten. Die meisten Sachen sind ein bisschen reduziert, nur da, ja, 10 Euro, so kann man sparen. Aber auch die hat Geschenk beim mindestens Einkaufswert 150 Euro. Man bekommt dann ihre Strumpfhose. Also die habe ich auch als ein Geschenk bekommen. Die sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Oder man könnte die für 15 Euro für sich bestellen, aber meine Bestellung war über 150 Euro. Deswegen habe ich diese Strumpfhose als Geschenk bekommen. Die gefallen mir wirklich. Die wollte ich schon lange für mich bestellen. Aber allein diese Strumpfhose bestellen, ja, das lohnt sich nicht so ganz, weil Versand, wir müssen selber bezahlen. 4,99 Euro. Übrigens, wir müssen Rücksendung auch selber bezahlen. Deswegen, ich habe mir gedacht, nee, also nur einfach, nur eine Strumpfhose bestellen, da lohnt sich nicht. Aber jetzt, ja, ich habe die als Geschenk bekommen. Und zwar, Geschenk kommt nicht automatisch. Erstmal habe ich nicht verstanden, wie man könnte denn bekommen, was muss man machen. Von daher gibt es keine zusätzliche Rabattcode oder so, wisst ihr. Einfach nur, man sollte diese Strumpfhose auch im Warenkopf reinlegen, dann wird automatisch bei 150 Euro diese Strumpfhose auf Null gehen. Aber wenn ihr die nicht extra per Hand im Einkaufswagen liegen, ihr bekommt dann dieses Geschenk wahrscheinlich nicht. Also das muss man machen. Ich habe für mich hier zwei Kleider bestellen, also jeder kostet, ich denke, 79 Euro oder so. Also ich könnte für euch hier ihre Online-Shop auch verlinken. Es ist keine PR-Paket, ich habe selber diese Produkte für mich bestellt. In dieser Kleider gibt es in anderen Farben. Ich habe für mich große M bestellt. Leider, die Kleider passen mir nicht. Die sind für mich zu klein. Die werden zurückgehen, leider auch mit dieser Strumpfhose. Die muss ich natürlich auch zurückschicken. Ich bin 1,74 Meter. Ich wiege 67 Kilo. Normalerweise trage ich tatsächlich M. 38,40. Aber beim Tara tatsächlich muss man immer eine große, große nehmen. Also wenn er trägt S, dann besser bestellt er für sich M. Deswegen dieses Mal, ich habe anderes gemacht. Ich muss jetzt diese Rücksendung natürlich auch bezahlen. Das bedeutet, Bestellung hat mir 5 Euro gekostet und Rücksendung 5 Euro. Also 10 Euro habe ich nur so. Deswegen so Besonderes habe ich auch nicht gespart. Aber jetzt habe ich für mich wieder diese Kleider bestellt. Aber jetzt in zwei große L und XL zum Not. Wer weiß, ich weiß nicht, wie große Unterschiede zwischen große sind. Das ist jetzt das Kleid Nummer 1. Also dieser Schnitt gefällt mir so sehr. Ganz elegante Modell. Also ganz, ganz toll gemacht. Dieser Schnitt, ja, diese Idee. Ich finde es so elegant, so schön. Also das ist wie ein Cocktailkleid mit ein bisschen offenen Rücken. Denn, da ihr seht, ich habe aber nicht zugemacht. Leider, das Kleid ist für mich zu klein. Normalerweise, ich trage große L. Aber bei diesem Kleid, ich sollte große L nehmen. Also ich habe gemerkt, beim Tara, ihre große sind ein bisschen anders. Die sind ein bisschen kleiner als sonst. Übrigens Farbe, es ist etwas Heel-Beige, Elefant-Bein-Farbe. Und so wie Tara hat gesagt, man könnte das Kleid ohne BH tragen. Ich habe tatsächlich jetzt ganz schnell so angezogen, um große zu testen. Ohne BH, weil hier BH, man sieht, so passt hier nicht. Und es geht. Also hier wurde noch ein Unterkleid gemacht. Also leider, dieses Unterkleid sieht man hier, sieht man, ja. Vielleicht, weil ich nicht passende große habe von diesem Kleid. Aber hier ist alles super unterstützt, ja. BH super unterstützt. Und man könnte tatsächlich ohne, äh, Brust wurde gut unterstützt. Und man könnte ohne BH tragen. Also gefällt mir das Kleid tatsächlich sehr, ja. Ich sitze so gut. Und hinten ist diese, äh, seht ihr, so Aufschnitt. Also ganz elegante Modell, ja. Und seht ihr, wie toll betont die Figur. Und versteckt Bauch. Ja, übrigens, versteckt Bauch. Auch sehr gut, seht ihr. Mit dem Kleid Nummer zwei ist das gleiche Geschichte. Ich könnte leider hier alle Knopf nicht zumachen. Ja, das ist zu eng, leider. Also das ist auch große M. Farbton ist fantastisch. Das ist, äh, braun, Schokolade, braune Farbe. Die Farbe selber ist wahnsinnig schön. Also richtig, richtig schön. Hier sind noch diese Teile, die ich würde jetzt auch zusammen machen. Ich wollte nur, äh, wenigstens diese Modell an mir ungefähr einschauen. Ob ich wollte so ein Kleid auch in meiner Größe für mich durchbestellen. Und hier, äh, ganz, äh, ganz, ganz toll gemacht, ja. Ja, übrigens Arme sitzen auch sehr, sehr eng. Also, die Schleife habe ich jetzt, äh, zusammen gemacht, so wie es sein sollte. Ich wollte sehen, wie diese Modell würde an mir sitzen. Also gefällt mir richtig gut. Ich denke, für Alltag, für Business, für besonderes Einlass, für Abendessen. Äh, also das Kleid wird universal. Also, ich denke, mit diesem Kleid, man könnte überall gehen. Dieses Videoaufnahme habe ich für euch extra eine Woche später gemacht, nachdem ich habe mein Kleid jetzt im Große L erhalten. Trotzdem sitzt zu eng an meine Arme und an meiner Brust. Problem bei diesem Schnitt ist der Stoff. Der ist nicht elastisch. Und deswegen, obwohl Kleid wirkt jetzt schon ein bisschen zu groß an mir, selber hängt an meine Arme, an meinen Po und Hüfte. An Hüfte, das Kleid sitzt zu groß. Trotzdem beim Bewegungen an meiner Brust, Stoff ist zu straff. Also, bei diesem Stoff fehlt Elastan. Deswegen auch diese Kollektion, das alles, was ich mir bestellt habe, musste ich wieder zurückschicken. Sitzt an mir kein Kleid gut. Selber weißes Kleid sitzt an mir nicht gut. Ja, ihr seht hier, ja, diese Knopfen sehen so aus, ob sie schief sitzen. Aber nein, das ist nur einfach, weil der Stoff ist nicht elastisch. Deswegen, also leider, leider muss alles zurück. Und dieser Paket habe ich jetzt als Überraschung bekommen und vermute, der enthält ein Geschenk. Deswegen, an erster Stelle, ich wollte mich ganz herzlich bei meiner Kontaktperson, direkte Kontaktperson Janine bedanken, die kümmert um alle Aktionen für euch und um alles, alles, alles. Also, ich bin sehr, sehr dankbar. Jedes Mal, wenn ihr werdet Produkte bei Market Dalton für sich bestellen, ihr bekommt so schön immer mit Liebe eingepackt. Ich bekomme tatsächlich letzte Zeit sehr oft ganz tolle Rabattcode und Aktionen von Market Dalton. Wenn ihr wolltet, etwas auszuprobieren oder wenn ihr braucht Nachschub, ich würde euch empfehlen, wartet ihr kurz ab. Wartet ihr kurz ab, es lohnt sich. Ich weiß, dass meine Zuschauer, die schon seit Jahren benutzen, Kosmetik von Market Dalton, folgen mich auch selber schon sehr lange, warten jedes Mal auf meinen Rabattcode und dann schlagen richtig zu. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Karte. Dalton Wunsch, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Merry Christmas, wir möchten von den Weihnachtstagen und zum Jahresende die Gelegenheit nutzen und uns aus vollstem Herzen für die erfolgreiche Zeit zusammenarbeiten in diesem Jahr bedanken. Danke für dein Vertrauen, deine Geduld und deine Treue. Und ein besonderes Danke, dass du ein wertvoller Teil unserer Dalton-Familie bist. Wir wünschen dir und deine Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Dein Dalton-Team und Janine, Vanessa und Isabel. Danke, danke Mädels. Ihr seid so lieb. Danke schön für euer Vertrauen und dass ich durfte mit euch gemeinsam arbeiten. Aber ich sage, danke schön, meine Zuschauer. Ohne euch, das wird alles nicht möglich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, meine Zuschauer, für euer Vertrauen und für eure jedes Mal Kommentar mit voller Begeisterung zum Produkt, dass eure Haut ändert sich, dass ihr seht Resultate, dass ihr in dieser Marke verliebt seid, wenn ihr mir schreibt, Nathalie, durch dich, ich bin zum Dalton gekommen, ich bin so dankbar dir, meine Haut hat sich verändert und so weiter. Also das macht so viel Spaß, das zu lesen. Es ist für mich das beste Belohnung, es ist für mich das beste. Dankeschön für euch, von euch. Und natürlich meine große Dankeschön an euch. Meine Zuschauer, wie gesagt, ohne euch, das wird alles nicht möglich. Ich wurde hier nicht sitzen und ich wurde diese schöne Geschenke mitbekommen. Jetzt schauen wir diese Geschenke. Jedes Mal, jedes Jahr tatsächlich Dalton macht etwas anderes, etwas Schönes. Und dieses Jahr etwas Leckeres, Wahnsinn, das sieht so, so schön aus, oh mein Gott. Kandiderei und Confiserie, das ist eine Marke Madeira Ramona. Okay, das ist etwas per Hand wurde gemacht, eine Plätzchen mit Schokolade und mit Waldnuss. Und hier gibt es noch eine Flasche mit Glumwein, passt perfekt. Und das ist so alles mit Liebe gemacht, Wahnsinn. Das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Schick. Dankeschön. Wow, das ist richtig schöner Abschluss zu meinem Video. Deswegen mit meiner guten Laune, ich wollte mich mit euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn mein Video euch gefallen hat, wenn ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und schöne Zeit mit mir. Ich würde mich richtig, richtig, richtig freuen. Wenn ihr gebt, mein Video Daumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Ich freue mich so sehr, euch beim nächsten Mal wieder zu hören, zu sehen, eure Kommentare lesen. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr dabei werdet. Bis zum nächsten Mal, euer Nathalie. Ciao.